Boah, wie cool sieht das denn aus hier. Guckt euch das mal an. Oh, was ist das? Pfeilrochen. Will ich auch essen. Moinsen und herzlich willkommen zurück zur Subnautica Below Zero im neuen Temperatur-Update. Und wir sind hier gerade unterwegs an der Oberfläche auf Rocket Island und da muss man jetzt wirklich aufpassen, denn aufgrund des neuen Temperatursystems ist es jetzt so, dass man bei solchen Oberflächenpassagen, wenn man da langläuft, dass man da eben auch unterkühlen kann. Das Ganze dauert durchaus eine Weile, also das passiert nicht sofort. Aber je länger man sich halt an der Oberfläche aufhält und dem Wind ausgesetzt ist, dem Wetter, desto eher wird man dann halt erfrieren. Und das kündete sich dann auch so ein bisschen an. Der Herzschlag verändert sich, die Sicht verändert sich. Es wird auch so ein bisschen so fröstelig am Rand vom Bildschirm so. Und das ist schon ziemlich cool gemacht. Und ja, ich bin gespannt, ob ich jetzt hier an der Oberfläche überleben kann. Hier ist ja zum Glück immer noch diese Base, wo man sich hin zurückziehen kann. Und auch die Höhlen scheinen ein bisschen Wärme zu geben. Genau, da kann ich eben erstmal den Mehrzweckraum scannen. Muss man den immer noch scannen? Ach, lol. Hier ist nochmal so ein Plakat jetzt. Ich kann das Alterra Bounty Poster kann ich auch scannen, lol. Erbauer Pläne. Für das Scannen von Erbauer Technologie gibt es Belohnungen, okay. Ah ja, tatsächlich. Ich kann den Mehrzweckraum immer noch durch die Spalte scannen. Das ist so lustig. Es ist so lustig. Es geht immer noch so. Manche Gewohnheiten ändern sich halt nie. Das, das und das mit. Einzelwandregal. Das können wir alles mal scannen jetzt. Aber hier drin ist es warm, ne? Nur irgendwie der Nebel, der dringt hier ein. Kann ich das verhindern, indem ich die Tür schließe? Mal gucken. Nee. Oh Gott. Man sieht in seiner eigenen Base nichts mehr. Das ist auch geil. Irgendwie. Irgendwie ist das lustig. Also, es ist ja nicht meine Base. Ist jetzt halt die Frage. Liegt das jetzt daran, dass diese Base hier nur zur Umgebung gehört? Oder liegt das daran, dass das Wettelsystem noch nicht so programmiert ist, dass man in der Base keinen Nebel und keinen Sturm hat? Weil die Partikeleffekte... Die sind ja scheinbar auch vor allem draußen. Aber so ein bisschen, nee doch hier, ein bisschen was ist hier drin auch noch. An Partikeleffekt. So, Moment. Wir brauchen noch das Bett. Ein bisschen was ist hier drin auch. Sehr interessant. New blueprint acquired. So. Beatkasten. Das können wir noch scannen. Ja, dann haben wir alle Einrichtungsgegenstände am Start. Flupp. Dann gehen wir mal raus. Zur Rakete. Und schießen da mal ein bisschen was hoch. Aber, wie gesagt, so richtig erfrieren, das ist auch nicht so richtig ein Problem jetzt gerade. Also, sie atmet zwar schwer und wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier draußen zu lange stehe, wird sie irgendwann wahrscheinlich auch erfrieren. Aber es dauert schon ganz schön lange. Wir können natürlich mal gerne auch speichern und dann mal gucken, wie lange das wirklich dauert. Also, so, jetzt müssen wir die Exchanger Rocket erstmal reparieren. Da haben wir ja hier das Tool gebaut. Das würde mich einfach mal interessieren. So. Hervorragend. Bio-Sample rein. Und dann Rakete abschießen. Zündung. Jawoll. Ist das jetzt eigentlich gefährlich, wenn man hier steht? Yeah. Eigentlich müsste das voll gefährlich sein, wenn man neben so einer Rakete steht, die gerade startet. So schön trinken. Jaunt down here. Remind yourself that life comes in colors besides white, off-white and gray. And temperatures below zero. No thanks. But speaking of freezing to death, if you're staying on the ice, you'll need transport. You're trusting me with a snow fox? If I can find a version of the truth that authorizes it. You're amazing. Hm. If you're listening to her, she's amazing. Promote this person. Hm. Sorry, you're breaking up. Love you. Now what? Okay. Okay. Also. Das nächste Ding wird dann natürlich auch der Snow Fox sein. Da müssen wir natürlich erstmal in das Gebiet vordringen, wo es den gibt. Dazu brauchen wir erstmal eine Seebahn. Seebahn haben wir jetzt schon gescannt. Das bedeutet, wir brauchen jetzt eine Fahrzeugstation. Da haben wir aber jetzt noch ein Fragment, was uns fehlt, glaube ich. Das ist noch nicht vollständig. Das heißt, wir müssen nochmal ein bisschen suchen. Ich werde jetzt einfach mal spaßensalber mich in die etwas neueren Gebiete schon so, so grob bewegen. Ja. Wir werden jetzt mal bei Rocket Island hier mal ein bisschen drumrum im Wasser mal ein bisschen gucken. Denn ich wurde ja schon darauf hingewiesen, dass es da lustige Dinge zu sehen geben wird. Und das heißt... Au! Das heißt au, genau. Wahrscheinlich heißt es genau das. Wenn mir im Live-Chat schon geschrieben wird, dass es da lustige Dinge gibt, dann... Ah, jetzt fängt der Herzschlag an. Okay. Kann ich mich eigentlich hier in diesen heißen Quellen aufwärmen? Ja. Guckt mal, das klappt. Ich kann mich in den heißen Quellen... Kann ich mich aufwärmen. Der Frostlrand am Bildschirm ist verschwunden. Und der Herzschlag ist auch verschwunden. Alles klar. Mal so ein heißes Bad nehmen zwischendurch ist halt schon was Feines, ne? Gut, jetzt im Sommer natürlich nicht. Hö. Das ist ja das Groteske. Wir haben gerade Hochsommer und ich spiele Below Zero. Ist auch irgendwie witzig. So, dann holen wir uns mal hier das Lithium. Das können wir auch gut gebrauchen. Ein neues Biom soll hier in der Nähe sein. Wie gesagt, da habe ich mich... Äh... Loll? Was? Sichelflosser? Was zur Hölle? Aber der gab es... Die gab es, glaube ich, schon beim letzten Mal. Hey. Der sieht ja lustig aus. Neue Kreaturen, meine lieben Freunde. Der sieht ja lustig aus. Hier will ich essen. Sichelflosser. Sichelt das. Sehr gut. Wow. Was zur Hölle? Was sind das für Explosionen? Ist das der Sturm? Ne. Ah, das sind hier die... Purple Vents jetzt. Die machen jetzt auch Geräusche. Oh, hi. Ja. Altera ist listening. Ich habe unsere Arse. Und... Sie ist meine Frau. Nicht meine Frau. Du hast keine Frau, deine Frau. Sind Sie... Können Sie meine Gedanken? Geh, ich bin fasziniert mit Ihnen. Und ich würde gerne helfen, aber Sie müssen aus meiner Kopf. Wenn Sie nicht zurückgelebt werden, Sie müssen mir bis zum anderen. Ich liebe es. Wie? Ich bin... Ich bin sicher. Sie sind nicht rechtfertigt. Ich werde Ihnen informieren, wenn ich die Daten zu verabschieden. Ich werde nach hinten der Altera noch nicht hinein. Sie waren sehr vernünftigt, als wir uns treffen. Ja. Geh das zu verabschieden. Ich werde versuchen. Habt ihr das gerade gesehen? Wenn ich hier in die Richtung schmürbe, wird das Wasser pink. Das wird pink, violett. Guckt euch das mal an. Ah, das ist wahrscheinlich das Material, was von den Purple Vents ausgestoßen wird. Das scheint sich hier so ein bisschen hochkonzentriert im Wasser zu befinden. Verstehe, verstehe. Das ist ja krass. Ich höre hier irgendwelche komischen Sachen. Boah, wie cool sieht das denn aus hier? Guckt euch das mal an. Oh, was ist das? Pfeilrochen. Will ich auch essen. Das ist ja mal geil. Guckt euch das mal an. Die haben diese Bäume hier nochmal geändert. Dass da noch so ein bisschen so ein paar Pflanzen dran sind. Das ist ja der Hammer. Boah, da unten geht es auch noch voll tief rein. Wir brauchen dringend eine Seebahn, meine lieben Freunde. Großer Gott. Was? Was war das? Irgendwie, ich habe da was gesehen. Oh nein, ist das der Chilicorate? Ist der jetzt hier am Start? Da habe ich, glaube ich, gerade Schwein gehabt. Dass er mich nicht erwischt hat. Hinweis auf Gletscherbecken, alles klar. Ich glaube, wir haben gerade den Chilicorate gesehen. Also so im Schatten so ein bisschen. Krass. Hier kommt er jetzt also vor. Ich will ja nicht sagen, dass es in meiner Dachgeschosswohnung heiß ist. Aber gerade haben zwei Hobbits einen Ring zum Fenster reingeworfen. Ja, sehr gut. Und? Was hast du gemacht damit? Hast du ihn selber angezogen wahrscheinlich. Und bist abgedampft damit. Herrlich. Ja, da kann man schon mal eine Dachgeschosswohnung mit Mount Doom verwechseln. Das kommt vor. Soll vorkommen. Oder so ein komischer, kybernetischer Roboter hat sich an so einer Kette runtergelassen und hat einen Daumen hochgehalten. Passiert da auch manchmal. So, jetzt muss ich mal schnell dafür sorgen, dass wir noch ein Fragment von der mobilen Fahrzeugstation gescannt kriegen. Das wäre mal noch ganz nice, wenn wir das hinkriegen würden. Dann können wir nämlich noch eine Seebahn machen. Wobei, da müssen wir natürlich auch erstmal Material für finden. Aber eine Seebahn wäre schon geil, muss ich sagen. Wäre schon geil. Da hinten ist jetzt der Eingang zum Gletscherbecken schon markiert. Und das ist aber erstmal, wie gesagt, relativ, relativ uninteressant. Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass wir ein Fortbewegungsmittel haben. Ein vernünftiges. Weil ich habe keine Lust hier die ganze Zeit mit dem Seegleiter rumzugurken. Wir brauchen auch mal hier ein paar Tischkorallen für die Mikrochips und so. Und, äh, ich brauche, was haben wir eigentlich, wie viel Platz haben wir noch? Ah, es geht noch. Da ist ein Fragment von der mobilen Fahrzeugstation. Dann haben wir doch jetzt drei. Dann haben wir die jetzt vollständig, nicht schlecht. Jawoll. So, dann können wir jetzt theoretisch... In der reinen Theorie können wir jetzt eine Seebahn machen. Wir brauchen natürlich noch ein bisschen Baumaterial dafür. Ich glaube, wir brauchen vor allem auch noch Blei. Das haben wir noch nicht so viel. Da haben wir jetzt nur das eine gefunden. Und, äh, für Barren brauchen wir mehr Titan. Viel mehr. Wo? Ach ja, genau. Sea Monkey Nester Scan. Das ist auch noch so ein Ding. Gold ist auch gut. Sea Monkeys. Sea Monkeys. Wo sind sie? Die Nester. Wo sind sie? Wo sind sie? Oh Gott, hier unten schwimmt man immer so schnell im Kreis. Man verliert hier unten immer so schnell die Orientierung, finde ich. Aber hier müsste... Ja, da ist eins. Sehr gut. Eins von zwei. Eins müsste hier noch irgendwo sein. Ein Nest. Meine ich jetzt. Ich kann mich dunkel erinnern, dass hier noch eins sein müsste. Okay, warte mal. Erstmal zur Sauerstoffpflanze. Erstmal atmen. Sea Monkey Nest. Da ist eins. Haben wir das schon? Nee, haben wir noch nicht. Seekobold heißen sie auf Deutsch. Seekobold-Nest. Nicht Sea Monkey. Der Seekobold. Oh was? Jetzt schon 30 Sekunden? Das ist aber schlecht. Das ist aber ein bisschen ungünstig jetzt. Nein, ich bin noch nicht so weit. Ich will noch nicht sterben. Moment. Pflanze. Schnell. Boah. Okay, ich will wieder raus hier. Ich habe gerade so ein bisschen... Platzende Angst gerade. Ich bin kuriert. Ich will nicht. Ah, hier kann ich noch scannen. Ah, da hinten muss ich noch schnell atmen. Schnell. Schnell und dann scannen und dann raus. Moment. Das müssen wir noch scannen jetzt. So viel Zeit muss sein. Nur noch eins von zwei. Was zur Hölle? Okay, ja. Scheiße. Hier geht es raus, hoffe ich. Geht es da raus? Nein, da geht es nicht raus. Doch. Nein. Doch. Doch. Schnell. Schnell nach oben. Oh. Das wird knapp. Oh, gleich wird es dunkel. Gleich wird es dunkel. Jetzt wird es dunkel. Und. Jawohl. Noch geschafft. Okay. Wow. Habt ihr das gesehen? Goodall, diese Bio-Sample, die du uns hattest, hat keine Beziehung zu deinen Biometriken. Ich denke... Und die Alien-Fazilie? Sie sprach deinen Namen? Das ist... Was ist passiert da unten, Goodall? Ich würde deine Kollegen fragen, Only he disappeared. I... Silence! Where is the other one? Hier, Sir. If you mean to make Vice President Manage your people. Yes, Sir. What is this? Biakwe? I said, then, yeah. Sir, if I could just... He's gone. Sam, I'm sorry. I've been stuck in middle management since I graduated. I know. I'll try harder. I have to go. So ist das, meine lieben Freunde. Boah, das war ganz schön knapp jetzt. Aber wir haben die Blueprints. Blueprints. Blueprints von Bel Air. So, wir brauchen Titanwaren, Schmierstoff und Energiezelle. Energiezelle? Ach ja, stimmt. Der müsste jetzt eigentlich am Start sein, der Blueprint. Calorie intake recommended. Was? Oh, ich muss essen. Ich muss die Fische essen schnell. Der Magen knurrt. Schnell mal hier die neuen Neuzugänge mal verspachteln. Und dann gleich nochmal ein bisschen Wasser herstellen. Auch keine so schlechte Idee. Moment mal, ich könnte auch... Na egal, ich esse jetzt erstmal die Fische. Ich kann ja meine Nährstoffblöcke an sich auch essen. Aber ich nehme jetzt erstmal mit den Fischen vorlieb. Moment. Ja. Ja, ja, hat ein sehr angenehmes Aroma. Sehr intensiv, sehr würzig, ja. Oh, ja, stechend. Ein bisschen stechend. Aber ansonsten sehr lecker. Den kennen wir ja. Den haben wir ja schon gegessen. Sein alter Bekannter. So. Jetzt nochmal. Energiezelle braucht zwei Batterien und einmal Silikongummi. Alles klar. Haben wir denn hier noch die... Ne, haben wir natürlich nicht. Dann lasst uns mal das rausholen. Und das gleich nochmal herstellen. Dann nochmal Silikongummi machen. Einen Titanenbarren brauchen wir ja auch. Genau. So, jetzt müssen wir mal schauen. Warten wir jetzt nochmal. Titanenbarren, Schmierstoff und die Energiezelle. Genau, da brauchen wir mehr Batterien. Das heißt, wir brauchen mehr von diesen Pflanzen. Alles andere passt. Pflanzen, Pflanzen. Wo sind sie? Da unten, glaube ich. Ne, die haben wir schon geerntet. Hatten wir nicht noch zwei in der Nähe der Base irgendwie gehabt? Sind hier nicht noch... Ja, hier sind welche. Alles klar. Den kann man auch mitnehmen gleich. Zwei Stück. Ja, das reicht, glaube ich. Ich kann ja auch eine leere Batterie nehmen. Zum Craften. Zum Beispiel die, die jetzt hier den Geist aufgegeben hat. Okay. Da. Roger. Roger, Roger. So, ich habe alles, was ich brauche. Schnell rein. Nochmal Wasser machen. Dö, dö, dö. Wasser. So, jetzt wechseln wir mal die Batterie. Wir packen die volle Batterie in den Seegleiter rein. Jetzt ist die leere Batterie im Inventar. Und jetzt stellen wir uns noch eine weitere Batterie her. Dann haben wir nämlich eine volle und eine leere. Das heißt, für die Energiezelle wird die leere Batterie mitverwendet. Ah ja, Silikongummi brauchte ich noch einmal. Silikongummi und nochmal eine Energiezelle. Oh, wie riesig die immer sind. Ja, mobile Fahrzeugstation. Sauber. Ich habe leider keine Ahnung mehr, was ich alles für die Sehbahn nochmal brauchte. Ich glaube, da brauchte ich so unglaublich viele erweiterte Schaltdinger da. Hier diese, diese Schaltkästen. Setze die mobile Fahrzeugstation aus. Mache ich, ja. Ich arbeite dran. So, gucken wir mal. Was brauchte ich? Wow, Alter, wie man nichts sieht. Also, wir wollen bauen eine Sehbahn. Genau, wir brauchen Titanbahn. Genau, die erweiterten Kabelsätze. Das war das Ding. Okay, na gut. Dann müssen wir erstmal genug Gold sammeln, damit wir uns Mikrochips machen können. Ich glaube, das ging nur mit Mikrochips. Ja. Da können wir gleich mal einen herstellen. Da haben wir das Material gerade. Sehr gut. So, der erste Mikrochip. Wir brauchen wahnsinnig viel Gold. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg dahin noch die... Was ist das mal auch hier? Vielleicht finden wir ja auf dem Weg dahin noch die... den Rebrisa. Hatten wir jetzt eigentlich schon das Konstruktionstool gekriegt? Wie war denn das? Ne, das hatten wir noch nicht gekriegt, oder? Wir brauchen auch mehr Blei noch. Wir brauchen alles. Ja, ich weiß, wo es Gold gibt in rausten Mengen. Da müssen wir nochmal zu den schwarzen Rauchern schwimmen. Da sollte das in rausten Mengen zur Verfügung stehen. Schauen wir mal. Fahren wir da mal hin. Da gibt es auch ganz viel Blei, glaube ich. Da müssen wir das ganz leicht kriegen. Und wir brauchen noch mehr Sehbahnmodule auf jeden Fall. Da müssten wir allerdings in die Deep Twisty Bridges. Und ohne Rebrisa... Würde ich das jetzt erstmal noch nicht machen. Das würde ich erst machen, wenn wir einen Rebrisa haben. Oder wenn wir halt die Sehbahn selber schon gebaut haben. Weil sonst ist das zu gefährlich. Da sind nämlich auch gefährliche Viecher unterwegs. Der Squidgehark zum Beispiel auch. Das muss nicht sein. So, wir brauchen Gold. Ganz viel Gold. Oh, oh. Isst mich nicht. Isst mich nicht. Ich schmecke nicht gut. Genau, Silber. Lasst uns mal hier unten hintauchen. Genau. Hier gibt es noch einiges an Stuff. Silber brauchen wir ja auch noch. Wirst du mich schlagen? Oh, Magnetit. Jetzt kann man auch gleich mitnehmen. Alter, hier geht es richtig tief rein. Okay, da will ich jetzt aber nicht nach unten so weit. Das könnte nur... Probleme verursachen. Brauche noch mehr Gold. Oh Gott. Ahaha, da wartet einer. Ich gehe lieber in die andere Richtung. Ich gehe mal atmen vielleicht. So zur Abwechslung. Könnte schlau sein. Hier ist auch ein bisschen weniger geworden. Mit Ressourcen, so gefühlt. So ein bisschen weniger ist es. Als früher. 30 Sekunden. Lassen wir es mal nicht hier drauf ankommen. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir brauchen... Genau, hier nochmal ein bisschen Zeug. Warum kommt da eigentlich nicht mehr so viel Silber raus? Aus diesen Knubbeln da, die ich da aufmache. Wir brauchen auch mal wieder Bleiknubbel. Oh. Ah. Stasi-Gewehr. Sehr gut. Eins von zwei. Da ist gleich das nächste. Oh Gott, friss mich bitte nicht jetzt. Bitte nicht. Ich bin gar nicht da. Ich will nur das Stasi-Gewehr, dann bin ich wieder weg. Als Ossi habe ich ein Recht drauf, auf das Stasi-Gewehr. Das ist wie für mich gemacht. Achtung. Hier gibt es kaum noch Bleiknubbel. Irgendwie. Die sind voll wenig. Scheiße. Wie viel Platz habe ich noch? Oh, geht noch. Wow, 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 wow. Ich wollte nicht stören, ich wollte nicht stören. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Alles gut. Diese Bleiknubbel sind ja diese ganz dunklen, sehr eckigen Steine. Oh, wir brauchen auch nochmal ein bisschen ein paar Tischkorallenproben tatsächlich. Komm her. Da ist noch eine. Ja, okay. Ich glaube, jetzt ist das Inventar voll. Ja. Dann müssen wir wieder zurück. Und mal ein paar Mikrochips herstellen. Dann läuft das. Da unten piepst es schon wieder irgendwo. Da habe ich gerade Fragmenten noch liegen sehen. Aber es ruckelt gar nicht mehr so krass. Das ist mir auch gerade mal aufgefallen, ne? Hier in den Deep Twisty Bridges oder beziehungsweise in den Twisty Bridges. Da hat es ja bisher immer so krass geruckelt. Das ist auch nicht mehr. Also das ist ein bisschen abgeschwächt. Auf jeden Fall. Das ist ein bisschen optimiert worden. Das ist ein bisschen abgeschwächt. 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 Ja, ja, okay. Also die Story... Die Story ist jetzt nicht wirklich weiterentwickelt worden anscheinend. Das scheint jetzt hier wieder das offizielle Ende zu sein schon. Aber wir gehen einfach mal weiter mit. Vielleicht gibt es ja jetzt dann wieder so ein bisschen so eine Phase, wo es nur mit Untertiteln dann weitergeht. Das kann ja durchaus sein. So, genau. Wie viel brauchte ich jetzt nochmal von den erweiterten Kabelsätzen? Ich glaube fünf waren es, ne? Für die Seebahn. Mal gucken. Fünf. Und genau, wir haben zwei. Alles klar. Das ist schon eine ganz schöne Bank. Wenn ich das mal sagen darf. Können wir noch einen machen? Zufällig. Wir haben ja noch einen Computerchip. Mal gucken. Kabelsatz. Haben wir noch Silber? Ja, warte. Dann machen wir noch einen Kabelsatz. Und dann können wir noch einen erweiterten Kabelsatz machen. Sauber. So, dann haben wir drei. Zwei fehlen noch. Läuft doch ganz gut eigentlich. Läuft doch ganz hervorragend. Dann lasst uns mal mehr Kupfer, Silber und noch ein bisschen Gold holen auf jeden Fall. Und noch ein paar Tischkorallen. Dann müsste es eigentlich laufen. Ich gehe jetzt nochmal hin zu den Schloten. Da gehen wir jetzt mal wieder ein bisschen in Richtung von dem Lillipad Biom. Und sammeln da noch ein bisschen Gold und Silber und so. Das Biom ist bei den Termal Spires. Nähe der Rocket Island sind nicht die Tree Spires. Nennt sich Altura Mining Site. Ah, okay. Danke für den Hinweis. Das werden wir uns auf jeden Fall angucken, wie gesagt. Müssen wir halt erstmal, wie gesagt, eine Seebahn haben. Wir brauchen erstmal eine Seebahn. Bevor wir richtig erkunden können und uns die neuen Sachen so richtig entspannt angucken können, brauchen wir erstmal eine Seebahn. Ja, da sind wir jetzt dran und dann schauen wir uns die ganzen neuen Sachen noch an. Das Temperatursystem haben wir jetzt ja schon angefühlt. Und den Rest, den gucken wir uns auch noch an. Ich brauche vor allem auch mal Blei. Das ist ganz wichtig. Silber haben wir. Sehr gut. Bei Blei, da muss ich glaube ich doch nochmal in die Twisty Bridges einen Blick reinwerfen. Da könnte es ein bisschen mehr geben. Oh, ach. Fahrzeugstation brauchen wir jetzt erstmal nicht. Lasst uns mal hier nochmal kurz nach Blei suchen. Komm, hier muss es doch Blei geben. Wir brauchen Blei. Das haben sie echt reduziert. Es gab es ja... Da wurdest du ja zugeworfen. Teilweise mit Blei. Und jetzt haben sie das echt ein bisschen zurückgefahren. Also... Es fällt definitiv auf. Das ist da nicht mehr so viel von mir. Ah, Stasegewehr. Ist auch ganz wichtig. Das brauchen wir nämlich, um ein Item zu bekommen. Ein Story-Item. Vielleicht noch... Noch mal eine Tischkoralle. Genau. Hier läuft es echt flüssig hier unten jetzt in den... In den Twisty Bridges. Diese Hagler, diese Nachlade-Hagler, die sind hier nicht mehr am Start. Das ist natürlich super. Das ist gut. Oh Gott, ah! Warte, warte, warte. Ich brauche Blei. Oh Gott! Wie viele sind denn hier von den Dingern? Fragment der Seebahn. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Ah, hier ist Blei drin. Nein, ist es nicht. Scheiße. Wo, 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 wo? Wo ist eine Pflanze da? Ja, ja, ja. Ich weiß. Schnell atmen. Oh Gott! Kommt hier aber auch nicht... aus dem Atmen raus. Hier ist noch eine Pflanze. Die haben das mit den Blei echt zurückgefahren, ey. Ich weiß noch, ich hatte... bei meinen letzten paar Durchgängen... ...Below Zero einfach ständig Blei im Inventar. Immer... ...zu viel. Und jetzt muss man diese Blei-Knubbel... Ey, die muss man ja mit der Lupe suchen jetzt. Das ist ja richtig heftig. Oder es gibt jetzt irgendwo eine Stelle, wo die vermehrt auftreten, die ich noch nicht kenne. Schnell mal atmen. Oxygen. Hm. Schnell mal atmen. Mal trinken. Scheiße, wir brauchen Blei. Wir brauchen noch eine Einheit Blei. Das muss es doch geben hier. Irgendwo. Muss ich da wirklich so tief jetzt? Das ist ja schon auffällig, dass diese Knubbel vor allem auch tiefer liegen jetzt. Zumindest jetzt hier in den... ...Twisty Bridges. Oh, ah, warte mal. Hier ist der Rebreezer. Ich hab den Rebreezer gefunden. Ja. Kreislauftauchgerät, genau. Aber das brauchen wir. Das müssen wir auch dringend bauen. Ganz, ganz dringend. Glas brauchen wir auch noch. Stimmt. Das müssen wir auch noch mitnehmen. Hier, hier, bitte sei Blei. Bitte sei Blei. Bitte sei Blei. Ja. Sauber. Vielleicht auch noch mal ein bisschen was hiervon mitnehmen. So energiemäßig, batteriemäßig. Ach ja, auf einmal. Jetzt find ich wieder die ganzen Haufen, weißt du? Die ganzen Haufen Blei. So. Was ist das? Ein PDA. Interview zum Aurora-Absturz. Altera-Sprecher. Krass. Okay, lasst uns mal zurückschwimmen. Ich will mal gleich den Rebreezer herstellen. Dann habe ich nicht immer so Probleme, wenn ich hier so abtauche. Und ich brauche auch wieder eine neue Batterie. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Okay, Inventar ist eh auch voll. Ich kann nichts mehr nehmen. Nichts Neues. Danke. 100 Cheers. Kauf dir Blei davon. Danke, Organos. Wenn das mal gehen würde, würde ich das machen. Ja. Aber leider geht das nicht. Ist leider nicht möglich. Fällt aus wegen, ist nicht. Gibt es nicht sowas wie ein R-Scanner? Nein, gibt es nicht. Vielleicht noch irgendwann im Laufe der Entwicklung. Aber derzeit gibt es so etwas nicht. Die Tatsache, dass es jetzt ein neues Biom gibt mit Altera-Mining-Site, also das Altera-Minen-Gebiet heißt. Bergbaugebiet. Weist natürlich darauf hin, dass es demnächst auch eine Möglichkeit gibt, mit einem Bohrer Ressourcen abbauen zu können. Das ist so ein bisschen so ein Hinweis da drauf. So, äh, was fehlt jetzt hier? Ach ja, Kupferdraht. Ach scheiße, wir haben keinen Kupfer. Shit. Habe ich hier noch was drin? Hier habe ich noch was drin. Moment, machen wir jetzt eher eine Batterie? Wir brauchen erstmal eine Batterie, bevor ich... Ja, ich muss erstmal eine Batterie machen, sonst geht mir hier der Saft aus. Scheiße, okay, wir brauchen mehr Kupfer. Dann, ähm, wird da erstmal aus dem Mikrochip nichts. Wir haben auch eh nicht genug Silber. Das Blei lege ich jetzt auch mal hier rein. Das legen wir auch mal hier ab. Warte mal, wir brauchten noch einen Titan-Barn, ne? Den können wir mal gleich noch herstellen. So. Oder mehrere. Brauchten wir nicht sogar mehrere für die Seebahn? Warte mal. Für die Seebahn brauche ich... Ne, einen Titan-Barn, genau. Ja, perfekt. Dann haben wir den jetzt auch. Sehr gut. Glas brauchen wir aber zweimal. Oder? Nochmal gucken. Ja, genau. Das können wir auch gleich mal herstellen. Sehr schön. Weg damit. So, dann brauchen wir... Den Kabelsatz können wir hier lassen. Silber und Kupfer. Und vielleicht hier auch nochmal ein paar Batteriedinger. Batteriepflanzen. Kupfer ist ja eh auch immer hier mit drin. Manchmal zumindest. In den Twisty Bridges ist relativ viel Kupfer in diesen Knubbeln. Da brauchen wir jetzt doch eine recht stattliche Menge für diese ganzen Kupferdrähte, die wir da herstellen müssen. In Satisfactory würde ich mir jetzt einfach eine Kupferdrahtfabrik bauen. Ich weiß. Aber leider geht das hier nicht. Da würde ich einfach eine Quelle ausbeuten. ganz schnell und würde ganz schnell mir eine riesige Menge an Kupfer produzieren. Leider geht das hier nicht, würde ich sagen. Oh nein. Spreng mich nicht. Bitte nicht. Dafür ist das hier auch gefährlicher noch, ne? In Satisfactory sind ja die Gefahren eher... Naja. Nicht so richtig vorhanden. Sehbahnfragment. Wir brauchen mehr Kupfer. Mehr Kupfer. Kupfer. Jawoll. Oh Gott, ich glaube, ich werde gerade gestalkt. Ja, ich wurde gestalkt. Wie viel Platz haben wir noch? Noch genug. Wir brauchen noch mehr Silber. Das ist ja hier drin. Genau. Und Gold brauchen wir auch noch. Silber. Bitte sei Gold. Jawoll. Nochmal Silber. Wie viel haben wir? Zwei Einheiten. Wir brauchen noch mindestens eine Einheit Silber. Dann müsste es mit dem Silber hinkommen. Bitte sei Silber. Bitte sei Silber. Jawoll, sauber. Okay, jetzt noch Gold. Oh. Ah. Batterie ist alle. Scheiße. Ich finde weder Kupfer noch Gold. Komm, Gold. Scheiße. Scheiße. Ich brauche mehr. Mist. Na egal. Dann lasst uns nochmal zurückschwimmen. Da muss man halt ganz schön viel stricken für so eine Seebahn. Das ist halt echt so. Aber wenn wir sie dann mal haben, haben wir natürlich deutlich weniger Sorgen. Ich glaube... Ist das da das Bautool? Ich glaube ja. Hast du deine Bioprobe irgendwann mal aus den Augen verloren, nicht seit ich sie ins Weltall geschossen habe? Du hast gesagt, die Einrichtung hatte ich beim Namen genannt. Ist so etwas seitdem nochmal passiert? Nein, du sagtest, die Einrichtung ist Sperrgebiet. Was genau ist im Reservat passiert? Sam, um was geht es hier? Reine Routine. Ich habe mich umgesehen und ein paar Scans gemacht. Es ist nichts passiert. Gut, ich muss gehen. Pass auf dich auf. Sie misstraut uns. Sie glaubt, dass da was gelaufen ist zwischen uns und dem Alien. Ja, ja. So ist das nämlich. So, ich glaube, wir werden jetzt noch nicht in der Lage sein, die Seebahn direkt in dem Rutsch zu machen. Da müssen wir nochmal... einen Ausflug machen. Wir brauchen noch mehr Gold, glaube ich. Das reicht jetzt noch nicht. Das ist ganz schön viel. Wie gesagt, so eine Seebahn ist ganz schön teuer. Aber wenn wir die mal haben, ist das natürlich ziemlich geil. So, dann lasst uns erstmal die Kabelsätze hier machen. Genau. Und ich würde sagen, den letzten Rest, den erledigen wir dann in der nächsten Folge. Subnautica Below Zero. Wenn ihr jetzt auch Bock bekommen habt, Subnautica Below Zero selber zu spielen. Ihr könnt euch das holen im Epic Store. Und ihr könnt dabei auch gerne meinen Creator Tag Spielbär mit AE benutzen. Das wird für euch dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt damit meinen Kanal und diese Videos direkt. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal. Und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Egal von welchem. Let's Play Below Zero oder auch die anderen Videos. Es kommen täglich Videos. Also abonnieren und aktivieren. Und dann geht es weiter in der nächsten Folge. Subnautica Below Zero. Bis dann. Ciao, ciao.